Hallo zusammen, ich heiße Jana und mache die Lehrerin zur Logistikerin im Spitalzentrum Oberwallis. Ich kann mich für die Lehrerin als Logistikerin entscheiden, weil es ein vielfältiger Job ist und muss auch im Team, aber auch selbstständig arbeiten. Ich als Logistikerin bin dafür zuständig, dass der Spital das Material bereit hat. Somit steht auch der Mensch für uns im Mittelpunkt. Als Logistikerin kann ich hier ordentlich sein und habe einen strukturierten Tagesablauf. Logistik spielt hier eine sehr grosse Rolle und ist wie das Herzstück des Spitalzentrums Oberwallis. Wenn euch für dich der Mensch im Mittelpunkt steht und du dich für den Beruf als Logistikerin interessiert, komm doch aus Schnupro oder bewirb dich für einen Ausbildungsplatz hier im Spitalzentrum Oberwallis. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.